Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und zwar ist es ein DM-Haul. Ich habe wieder eine riesige Tüte voll mit Sachen und ich dachte, die zeige ich euch einfach mal. Also ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Die erste Sache, die ich mir gekauft habe, ist dieses Wasserspray von Balea. Das ist nicht nur für den Körper, sondern auch fürs Gesicht. Hinten steht drauf, dass man das auch zur Make-up-Fixierung benutzen kann. Anders habe ich bisher noch nicht getan, aber ich habe mich damit schon einmal eingesprüht und jetzt war es ja die letzten Tage furchtbar warm. Und das hat wirklich sich mega, mega schön angefühlt auf der Haut. Total frisch und sanft. Und ja, es ist auf jeden Fall, denke ich, ein guter Geheimtipp für den Sommer. Dann habe ich mir wieder ein altbewährtes Produkt gekauft und zwar sind das diese Abschminktücher von BB, die blauen für trockene und empfindliche Haut. Und ich muss wirklich sagen, ich habe viele, viele Reinigungstücher ausprobiert, aber das sind einfach die besten. Ich kaufe mir die einfach immer wieder nach. Die schminken super toll ab. Die brennen überhaupt nicht auf der Haut. Das habe ich bei ganz vielen Reinigungstüchern schon gehabt. Und die trocknen auch nicht so furchtbar schnell aus. Das ist auch ein häufiges Problem, das ich festgestellt habe bei Reinigungstüchern. Und deswegen habe ich mir die wieder nachgekauft. Dann habe ich mir meinen allerersten Essilack gekauft. Ich habe noch nie einen Essilack besessen oder benutzt, aber ich habe so viel Gutes davon gehört. Ich muss ehrlich sagen, mich hat der Preis immer vorher ein bisschen abgeschreckt, aber ich habe so viel Lob gehört über die Essilacke, dass ich mir so dachte, okay, ich muss mir jetzt auch meinen anschaffen. Und ich habe mir diesen hier geholt. Das ist so ein schönes, dunkles Rot. Der hier heißt A-List. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der aussehen wird. Vielleicht werde ich ja auch einen Essilack-Süchtling danach. Mal schauen. Dann habe ich mir von Balea dieses Deo Body Spray gekauft. Das ist mit Jutsu und Acai-Beerenduft. Und ich habe davon das Duschgel schon benutzt, beziehungsweise ich verwende es momentan immer noch. Und ich bin sehr, sehr begeistert von dem Geruch, deswegen habe ich mir das noch dazu gekauft. Dann habe ich mir von Balea wieder die beiden Haarkuren hier gekauft. Und zwar ist es aus der Oil Repair Reihe. Die kennt ihr ja jetzt bestimmt schon alle, denn die kommen auf meinem Kanal immer, immer wieder vor. Und ja, davon habe ich mir wieder zwei nachgekauft. Dann habe ich mir von Ebelin diese Concealer-Eier hier gekauft. Normalerweise benutze ich ja immer diese dreieckigen Schwämmchen, die man so in einem großen Packen kaufen kann. Aber aus irgendeinem Grund hat es mich heute wieder zu den Concealer-Eiern hingezogen. Und deswegen habe ich mir wieder zwei davon gekauft. Dann habe ich mir von Balea diese Duschcreme hier gekauft mit Melongeruch. Und jeder, der mich einigermaßen kennt, weiß, dass ich Melongeruch liebe. Ich habe schon so einen Body Spray von Balea mit Melongeruch. Und damit sprühe ich mich eigentlich fast jedes Mal nach dem Duschen ein. Und jetzt habe ich endlich die passende Duschcreme dazu. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr begeistert und freue mich schon darauf, damit zu duschen. Und da ich es in letzter Zeit irgendwie immer geschafft habe, meine zu verbummeln, habe ich mir neue Haarbänder gekauft von Ebelin. Das sind drei schwarze Haarbänder. Die haben 2,25 Euro, glaube ich, gekostet, was jetzt nicht so furchtbar günstig ist. Aber man benutzt die ja auch ziemlich häufig. Und deswegen fand ich das ganz okay. Und ja, ich brauchte einfach wieder neue Haarbänder. Dann habe ich wieder einen Geheimtipp für den Sommer. Oder vielleicht so geheim ist der gar nicht. Und zwar ist das dieses Fuß- und Schuh-Deo von Balea. Das ist mit Minzöl und Blutorangen-Extrakt. Und das riecht super. Und ich habe das wirklich im Sommer, benutze ich das so häufig. Ich hatte das letzten Sommer schon. Das ist mega, mega angenehm. Und ja, deswegen habe ich mir das diesen Sommer wieder gekauft. Dann habe ich mir, wie ihr sehen könnt, ganz viele Balea-Masken gekauft. Und ich denke, ich fange einfach mal oben an. Ich habe mir wieder eine Aqua-Tuchmaske von Balea gekauft. Ich habe die, glaube ich, im letzten DM-Holt schon gezeigt. Und ich war super, super, super begeistert davon. Weil die auch nicht so rumschmieren dadurch, dass man dann ein Tuch hat. Und meine Haut hat sich mega schön angefühlt hinterher. Deswegen habe ich mir die nochmal geholt. Dann habe ich mir von Balea eine Peel-Off-Maske geholt. Und ich habe ein bisschen Angst. Denn ich habe noch nie eine Peel-Off-Maske benutzt. Und ich bin wirklich ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein, wie das dann wird. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht mache ich davon Live-Test. Habt ihr da Bock drauf? Dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Sonst, wenn ihr Erfahrungen damit habt, schreibt mir gerne, wie das war mit der Peel-Off-Maske. Ähm, ich bin gespannt. Dann habe ich mir von Balea noch eine reinigende Maske gekauft. Und eine Feuchtigkeitsmaske. Und das sind eigentlich so Standard-Masken bei mir. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Sonders die Feuchtigkeitsmaske finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich mir die beiden dann auch wieder nachgekauft. Dann habe ich mir von Catrice wieder meinen Lieblings-Eyeliner nachgekauft. Den kennt ihr ja jetzt bestimmt auch schon. Das ist der Liquid Eyeliner in der Nummer 010, Dating Joe Black. Und ich liebe diesen Eyeliner einfach. Das ist einfach der Eyeliner für mich. Und den kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich mir von Balea diese Gesichtscreme gekauft. Das ist die reichhaltige Tagescreme für trockene und sensible Haut. Und ich habe wirklich sehr, sehr trockene Haut und sensible Haut. Und deswegen habe ich mir die gekauft. Normalerweise habe ich die für normale Haut, sage ich jetzt mal. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass meine Haut an manchen Stellen immer noch sehr, sehr trocken ist. Und deswegen habe ich mir die hier jetzt mal gekauft. Und dann habe ich mir einen riesigen Packen mit Ebel in feuchten Tüchern gekauft. Leider, leider gab es die nicht mehr in dieser großen Box. Wenn ihr normalerweise meine DM-Holze guckt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich immer diese große Box kaufe. Und leider gab es diese Box nicht mehr. Die waren ausverkauft. Aber ich habe noch so eine Box. Und deswegen habe ich mir einfach Tücher zum Nachführen gekauft. Und ja, da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu zu sagen. Ich finde, die sind einfach immer wieder einsetzbar, diese Tücher. Und deswegen kaufe ich mir die eigentlich auch immer wieder nach. Dann habe ich mir wieder ein altbewährtes Produkt nachgekauft. Und zwar ist es dieser Lippenbalm von Blistex. Den kaufe ich ja eigentlich auch immer wieder. Und davon verbrauche ich auch momentan sehr, sehr viele. Denn man sollte es fast nicht meinen. Aber im Sommer sind meine Lippen noch trockener als im Winter fast. Und deswegen verbrauche ich gerade sehr, sehr viele von denen. Und habe mir den deswegen wieder nachgekauft. Dann habe ich mir von Catrice diese Smoky Eyebrush hier gekauft. Die hat zwei Seiten. Einmal so eine zugespitzte Seite und einmal eine etwas fluffigere Seite. Pinsel brauche ich eigentlich immer. Denn ich bin immer zu vorn, meine Pinsel sauber zu machen. Oder ich verliere meine Pinsel irgendwo. Und deswegen habe ich mir einfach nochmal wieder einen neuen nachgekauft. So ihr Lieben, das war schon mein DM-Haul. Ich hoffe, hat euch gefallen. Und vielleicht habe ich euch auf eine Idee gebracht, was ihr euch das nächste Mal holen könnt, wenn ihr bei DM seid. Oder ihr benutzt eines der Produkte, das ich heute gekauft habe, auch ziemlich häufig. Dann lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich immer sehr. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann seid ihr herzlich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren und kein Video mehr zu verpassen. Ich verlinke euch jetzt hier auf dieser Seite auch nochmal meine beiden letzten Videos. Falls ihr noch nicht gesehen haben solltet, schaltet da gerne einmal rein. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.